hallo und herzlich willkommen im wald es geht heute um das thema jagd und zwar mehr so den praktischen teil um den jäger auszuweichen denn der bushcrafter hat nichts davon wenn er unterm hochsitz schläft in anführungszeichen oder beziehungsweise da schläft wo der hochsitz quasi darauf ausgerichtet ist also sprich in der schussbahn und der jäger hat auch nichts davon wenn der bushcrafter da schläft weil dann sollte er wird er ich glaube in aller regel durchaus versuchen nicht den bushcrafter zu treffen und genervt sein weil da so ein blödes nicht drauf schießen objekt mitten in seiner zielfläche quasi übernachtet wäre ein bisschen doof für den jäger wäre doof für den bushcrafter und direkt unter dem hochsitz pennen ist auch für beide blöd weil der jäger weg den bushcrafter der jäger muss den bushcrafter naja theoretisch sollte er ihn wegschicken müssen was er aber rein rechtlich gesehen wenn er nicht jagdschutzbeauftragter ist eigentlich gar nicht darf das ist alles nicht so einfach tatsache ist es ist für alle beteiligten am besten wenn sich jäger bei der jagdausübung und bushcrafter bei der bushcraft ausübung am besten überhaupt nicht begegnen und so ist dieses video quasi gedacht es soll dem bushcrafter sagen wo beziehungsweise nach welchem prinzip der jäger seine hochsitze üblicherweise aufstellt es gibt immer noch ausnahmen und das ist nur ein ganz grober anhaltspunkt was ich euch hier geben kann oder beziehungsweise mehrere davon aber niemals jetzt irgendwie die unvollendete weisheit die euch garantiert sagt an welcher stelle ein hostet steht und an welcher nicht vielleicht hilft dem einem oder anderem trotzdem ein bisschen es ist wie gesagt nur so eine grobe richtlinie das ist so ähnlich wie mit diesem piratenkodex bei fluch der karibik wer den kennt das sind auch keine regeln sondern eher so richtlinien filmzitate im wald sollte ich irgendwann mal wieder sein lassen jo warum gucke ich da und nach da da steht ein hochsitz und zu dem kommen wir gleich aber erst mal noch ein paar theoretische hinternehmen halt erst mal noch zwei ganz andere wichtige dinge erstens ich bin pro jagd ich finde jagd hervorragend und wichtig denn das einzig artgerecht gehaltene tier das man essen kann ist wild weil das ist nicht gehalten jede tierhaltung kann nicht artgerecht sein weil tiere vor gewöhnlich nicht gehalten werden selbst wenn es ein kann man sich natürlich streiten wenn es jetzt ein hochgezüchtetes an mensch angepasstes tier ist wie ein hausschwein ein hausrind und solche sachen für die mag dann eine bio tierhaltung möglicherweise sogar artgerechter sein als du das vieh einfach in den wald jagst aber im prinzip haben wir diese tiere ja schon an uns angepasst durch jahrelange jahrhundertelange züchtung und also wenn ihr das perfekte fleisch haben wollt so vom ökologischen gesichtspunkt her dann ist definitiv wild auf platz eins so und damit hat sich das thema ob die jagd gut oder schlecht ist eigentlich auch schon geklärt würde ich sagen absolut notwendig auch für dieses ökosystem und liefert ein hervorragendes produkt was auch sehr 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 lecker schmeckt wenn man fleisch mag und kein wild mag dann macht man irgendwas falsch beziehungsweise kann ich kochen eins von den beiden dingen kann es dann nur noch sein zweite sache mit der jagd bin ich jetzt nicht so der experte weil ich selber kein jäger bin das habe ich schon mal ein paar mal irgendwo drunter geschrieben unter irgendeinem video aber wahrscheinlich haben es noch nicht alle mitbekommen was ich trotzdem habe ist eine jagdtheoretische ausbildung eine jagdwissenschaftliche ausbildung habe da zu viele kurse besucht und werde mich garantiert nicht in jagdpraktische themen einmischen und jetzt auch eben nur so grobe grundsätze des hochsitzaufstellens zu erklären versuchen ich maße mir wirklich nicht an und wenn ich das doch tue und das dann falsch sein sollte dann hoffe ich dass mich irgendjemand darauf hinweist dass das käse war aber ich versuche mir zumindest nicht anzumaßen jetzt als super jagdexperte dazustehen und deswegen habe ich auch noch mal eine jägerin gefragt wie das denn jetzt genau noch mal ist mit dem ganzen hochsitz aufstellen und so weiter und noch mal mit ihr abgeglichen was ich noch wusste und bis vieles konnte mir auch noch ergänzen was ich vergessen hatte und hatte auch noch ein paar ideen die man ins video einflechten kann das ist meine liebe kamera frau die auch schon beim zelt aufstellen und beim bundeswehr zeltbahn aufstellen lieberweise die kamera gehalten hat und dummerweise immer nie da ist wenn man sie mal braucht nein herzlichen dank an dich und damit können wir dann zum wesentlichen teil übergehen gut dann jetzt noch mal ein paar wesentliche dinge zum hochsitz allgemein die zeige ich euch dann später im gelände dann noch mal im detail beziehungsweise im gelände noch mal ein paar einzelne dinge wo dann die dinge typischerweise eben stehen nämlich regel nummer eins beim hochsitz wozu ist er überhaupt gut naja dass man über dem wild hockt und eine bessere übersicht hat und überhaupt besser gucken kann und mehr sieht von der landschaft wenn man irgendwo unten im loch hocken würde könnte man aus dem loch ja auch schlecht irgendwo rausschießen also demzufolge ist natürlich eine erhöhte position logischerweise sinnvoll um von da aus besser was treffen zu können und besser was sehen zu können voraussetzung was treffen zu können ist immer erst was sehen zu können dieses was man sieht dann auch identifizieren zu können was ist das jetzt für ein tier ist es männlein weiblein wie alt ist es also was ist natürlich wichtig und da ist eine erhöhte position von vorteil dann theoretisch und das ist allerdings sehr umstritten hebt einen eine erhöhte position das hängt natürlich auch davon ab wie erhöht diese position jetzt letztendlich ist aus dem wind heißt wenn der wind nur in bodennähe weht bzw der wind der in bodennähe weht und in richtung wild weht enthält dann nicht so sehr den geruch des jägers wie wenn der jäger mitten in diesem wind drin sitzen würde also ebenerdig ebenerdig also so die theorie und dritter wesentlicher punkt weshalb so ein hochsitz sinnvoll ist wenn man auf ein sich ebenerdig befindendes wild schießt und man hockt hier oben und das wild ist hier unten dann schießt man ja schräg und trifft das wild und die kugel verschwindet danach direkt im boden im boden stichwort kugelfang spricht der jäger darf immer nur dann schießen wenn er sicher sein kann dass die kugel nachdem er damit was getroffen hat im boden verschwindet weil nur der boden ein sicherer kugelfang eben ist trifft die kugel einen baum kann sie durch den baum durchgehen kann vom baum splitter abschießen davon abgesehen ist der baum kaputt und das kostet im prinzip ja auch geld wenn es ein alter baum ist kann das schon durchaus ein bisschen teuer werden und wie gesagt kugel kann durch den baum auch durchgehen insbesondere wenn es nur ein junger baum ist und sonst wohin fliegen und man weiß einfach nicht was passiert mit meiner kugel das ist ein sicherheitsrisiko daher immer einen guten kugelfang dahinter haben auch ein stein ist kein kugelfang weil da kann die kugel sogar richtig schön abprallen und querschläger geben was übrigens auch noch mal gefährlich ist wenn eine kugel im baum stecken bleibt kann es passieren dass die kugel nicht gefunden wird wer bevor der baum eingeschnitten wird im sägewerk mit diesen super schnell laufenden hightech sägen und dann sägt die säge auf die kugel schießt die kugel quasi aus dem holz raus durch die ganze bewegungs energie die da am laufen ist und der säger der daneben dran steht und seine säge maschinell bedient wird von der kugel tatsächlich dann noch mal getroffen das ist gar nicht mal so unrealistisch das passiert auch häufiger mit irgendwelchen granatsplittern die aus dem zweiten weltkrieg noch in irgendwelchen bäumen kleben da muss man schon vorsichtig sein es gibt da richtige gebiete da ist die holzernte auch deswegen gefährlich weil man ja auch mit der kettensäge auf so einen metallsplitter kommen kann der einem dann um die ohren und beziehungsweise in die ohren fliegt und ja weiter will ich das gar nicht ausführen also kugelfangen ist elementar wichtig das weiß aber jeder jäger und da kann man sehr davon ausgehen dass jeder jäger der einen jagdschein wirklich rechtmäßig besitzt immer darauf achten wird dass ein kugelfangen hinterm schuss hat gerade eben das korrekte ausführen des jagdhandwerks ist für jeden jäger extrem wichtig die achten da also ganz enorm auf die sicherheitsvorkehrungen und ähnliches da kann man sich schon sehr gut darauf verlassen dass das alle jäger richtig machen überhaupt in der jagd community wenn man das so nennen möchte würden die jäger natürlich niemals tun aber in dieser jagd community ist das auch extrem wichtig dass man sich ja schön an die entsprechenden bestehenden regeln hält und das ist ja auch eine gute sache und diente dient der sicherheit aller und der fairness beim jagen ja so viel dazu das waren also die wesentlichen punkte wozu so ein hochsitz überhaupt gut ist und dann können wir quasi jetzt dazu kommen ne halt eine sache habe ich noch zwischendurch es gibt häufiger das problem das habe ich jetzt schon mehrfach in den kommentaren gelesen das ist in gegenden wo es sehr viele hochsitze gibt auch hochsitze gibt bei denen dann der geneigte bushcraft da einfach nicht weiß ist der jetzt noch in verwendung oder konnte ich unter dem theoretisch pennen oder neben dem oder halt eben irgendwie im einflussbereich dieses hochsitz sagen wir es mal so das merkt man daran also ein intakter hochsitz hat in der regel einen weg der zum hochsitz hin führt je nach jäger ist dieser weg dann dafür da dass der jäger da einfach bequem hinlatschen kann und möglicherweise dann auch bequem sein wild das er in der nähe des hochsitz geschossen hat über diesen weg auch wieder zurückzerren kann oder oder auch oder und der weg ist dazu da dass der jäger sich super geräuschlos und vorsichtig und heimlich und still anschleichen kann an seinen hochsitz den dann ganz leise aufbäumen kann und hockt dann halt eben da oben und das wild hat gar nicht mitbekommen dass inzwischen der jäger da ist auch dafür brauche einen guten ausgebauten weg weil durchs unterholz latschen macht halt eben zu viel lärm findet ihr so einen weg nicht oder ist da so ein weg nur noch so da dass er schon zugewuchert ist dann könnt ihr ziemlich sicher sein dass an diesem hochsitz schon ganz lange keiner mehr gewesen ist und in der situation könnt ihr auch ziemlich sicher sein dass da auch sehr schnell niemand mehr auftauchen wird anderes beispiel ist wenn um den hochsitz drum herum jede menge brennesseln oder ähnliches wächst meistens sind es brennesseln dann ist da auch schon lange lange kein jäger mehr gewesen normalerweise fräsen die um ihren hochsitz alles schön frei das sind so zwei ansatzpunkte und natürlich wenn der hochsitz schon kurz vom auseinanderfliegen ist dann könnt ihr euch ganz ganz sicher sein dass den niemand mehr benutzen wird weil das wäre allein schon so sicherheitsrisiko dann da drauf zu sitzen wichtiger hinweis an dieser stelle noch hochsitze sind eigentum des besitzers bzw des jagdberechtigten bzw des grundstückseigentümer das variiert irgendwie so ein bisschen das hängt immer vom einzelfall ab aber in jedem fall sind sie nicht euer eigentum und ihr dürft die dinge am besten gar nicht erst anfassen also angucken da kann keiner was dagegen haben aber ihr habt obendrauf definitiv nichts verloren und auch nicht unten drunter und auch nicht dann rumrütteln und dass man die dinger nicht ansägen sollte als naturschutz wahnsinniger steht glaube ich außer frage gut soviel zur theorie und jetzt gehen wir dann quasi zur praxis über und ich zeige euch mal ein paar ansätze und erkläre euch ein bisschen warum der jetzt da steht wo er steht und dann müsst ihr einfach selber für euch kombinieren wo ihr hin müsst damit keiner da steht ich hoffe das hilft irgendjemandem weiter ja also hier haben wir beispiel nummer eins grundsätzlich ist zu sagen wenn ihr so einen hochsitz findet dann könnt ihr davon ausgehen dass der grundsätzlich auch genutzt wird denn die dinger sind ziemlich teuer und die stellt man nicht irgendwo hin wo man sie dann quasi jahrelang einfach rumstehen lässt ohne sie zu benutzen heißt gerade eben solche mobilen hochsitze die man abbauen kann und woanders hinstellen kann stehen da wo sie stehen meistens dann nicht so lange und heißt die zeit die sie da stehen haben sie auch eine funktion kann man soweit mir hoffentlich folgen so und warum steht er jetzt da wo er steht also ich habe hier mal als re ersatz meine jacke hingelegt das ist jetzt die sicht die man hat wenn man unterm hochsitz steht sprich von etwas oben drüber hättet ihr halt noch besseren überblick über das geschehen ihr habt hier vor euch quasi einen hang und wenn an diesem hang jetzt tatsächlich eine rehe auftaucht dann kann man ohne probleme schießen um sich ohne sich irgendwie über kugelfang sorgen machen zu müssen weil der schuss geht garantiert in den boden weil der schusswinkel in den hang automatisch reingeht also das ist halt schon mal was super praktisches die wenn man ein hügeliges gelände hat dann stellt man seinen hochsitz meistens an einen hang fuß oder relativ unten irgendwo an den hang an einen punkt wo man einen ganzen hang möglichst auf großer fläche einsehen kann und logischerweise sollte an dieser stelle die man da einsehen kann auch nicht so viel bodenvegetation da sein denn viel grünzeug am boden ist für das wild natürlich dann wieder eine deckung die man nicht gebrauchen kann wenn man das wild erschießen will ist irgendwo relativ selbst erklärend wir merken uns also hochsitze stehen sehr gerne irgendwo unten an nicht allzu steilen hängen wo man quasi von dem punkt an dem sich der hochsitz befindet einen super überblick über ein großes stück hang hat kann man überall hinschießen ohne sich irgendwie um kugelfang sorgen machen zu können sorgen machen zu müssen also das ist so der wesentliche hintergrund gedanke dabei und wenn man schräg auf eine schräge fläche drauf guckt kann man außerdem noch viel besser die gesamte fläche überblicken und überblickt eigentlich mehr quadratmeter boden ihr braucht also wenn ihr an einem hang steht niemals über euch nach hochsitzen suchen da wird keiner sein denn hochsitze stehen nicht oberhalb vom hang kein mensch wird einen hang runterschießen weil da hast du einfach überhaupt keinen kugelfang gerade noch durch die erhöhte position des hochsitz schießt man dann am hang entlang trifft von mir aus mit der gleichen kugel fünf rehe aber die kugel trifft danach da unten irgendwas was im tal abgeht möglicherweise ewig weit weg da hat man überhaupt keine kontrolle mehr unter den schuss also oberhalb vom hang findet ihr garantiert keinen hochsitz im korrektur ihr findet oberhalb vom hang kein hochsitz der auf den hang zielt es könnte sein dass oben einer steht der in die andere richtung ausgerichtet ist das wäre natürlich noch möglich also es geht es nur darum dass ihr wenn ihr euch oberhalb vom hang befindet mit ganz 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 großer wahrscheinlichkeit nicht in irgendeiner schussposition also euch auf einer position befindet auf die geschossen wird sagen wir es mal so ja da unten seht ihr noch mal den hochsitz und jetzt befinde ich mich ziemlich weit oben im hang aus sicht des hochsitz wird jetzt hier dieser horizont den ich hier in der kamera habe wahrscheinlich auch der sein der für den hochsitz der horizont ist und wenn ihr euch an so einem befindet könnt ihr auch wieder sicher sein dass an diese stelle nicht geschossen werden wird denn würde er quasi ein reh schießen oder einen bushcrafter der sich halt eben da am horizont befindet würde die kugel ja wieder den bushcrafter das reh durchschlagen und entsprechend irgendwo ins nirgendwo verschwinden und dann auch noch in einem steilen winkel nach oben so ein jagdgewehr hat also locker eine maximal reichweite das ist überhaupt nichts besonderes von zwei kilometern und im prinzip hast du keine ahnung was mit einer kugel dann passiert nachdem sie da über diesem hang verschwindet zu zwei kilometern reichweite natürlich kann man auf diese entfernung nicht mehr zielen aber die kugel kann theoretisch dann immer noch fliegen ist dann auch nicht mehr so richtig 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 fies und wird keine keine ahnung kugelsichere weste wird durchschlagen das auf keinen fall aber aber verletzen kann man sich dann natürlich trotzdem noch dran oder man kriegt das ding ins auge oder es passiert sonst was oder ein kind wird getroffen oder der kinderwagen durchsiebt ja jeder darf sich da selber irgendwelche ganz schrecklichen szenarien ausdenken die da passieren können und das macht der jäger natürlich auch und demzufolge wird das kein jäger tun denn jagdschein auf legalem weg erworben hat bei einem wilderer wäre es möglicherweise denkbar dass das dem scheißegal ist aber die gibt es heutzutage in deutschland zumindest kaum noch